Und hier mit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wave Club bei 4 Butterflix & Rangers. Wir befinden uns wieder in der Hallo, wie immer beim Neustadt, da folgt ja echt jemand. Hallo? Oh, sie schenkt mir Gems, wie lieb von ihr. Dann sammel mir mal die Gems hier ein. Indem ich mal wieder vorbeispringe. Und hopp. Jetzt einmal hoch. Und dann wieder runter. Was für ein Spaß. Dann die Truhen. Yay. Und was ist denn? Diese Karte sieht minimal gebraucht aus. Und Gems. Dann verkaufe ich mal die Karte gleich. Aber erst soll ich umgucken, ob hier noch welche Schüler sind. Hallo, sind hier noch Schüler? Hallo. 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 Nein. Hallo. Hallo. Da ist eine Schülerin. Hallo. Ach, du musst dir von vorhin, oder? Ja. Na ja, verkauf mal die Karte. Oh, die Beliebtheit steigt und steigt und steigt. Ja. So und, hopp. Ja. Auf der Suche nach den nächsten Schlüssel. Hallo. Schlüssel. Ich komme und suche dich. Und wie immer, laufe ich an die Gems vorbei. Ist nicht voll nubisch nach dem dritten Mal. Aber das hat niemand gesehen. Das ist aber auch nicht gespeichert, bleibt, dass man die Räume schon gemacht hat. Das wäre kein 100% Run. Bisschen einfacher gewesen. Was auch immer. Was auch immer. Ich weiß nicht, wie positiv daran ist, dass die Pats da länger sind. Es wird schon kommen. Die finale Pau von dieser Welt hat dann 30 Minuten oder so. Oh Gott. Ich fuck hier fast. Ich fuck hier an der Treppe. Und dann bekomm ich für Gems nicht Entschuldigung. Ja. Wie ist es auch richtig im Attrakt vorbei. So. Hier ist auch ein Kimmelchen als zu Genüge. Ich versuche das hier jetzt gleich zu skippen. So. Da sind wir auch wieder. Hier die alte Kante Kalle. Gems einsammeln. Und die Säulen hier verschieben. Und jetzt die anderen Säulen. Wow. Es hat sogar wahnsinnig geschafft. Geklappt. Geklappt. Whatever. Und dann noch die letzte. Müde. Müde Müde Müde. So. Dann den roten Gems hier einsammeln. Und ich lauf. Gekontran vorbei und wacke mich hier erst mal fest. Eine perfekte Karte, die nicht gebraucht ist. Wow. Wunder Wunder Wunder. Was befindet sich in dieser Truhe? Gems. Okay. Und runter mit dir. So habe ich das aber nicht gemeint. Danke. Und jetzt in den nächsten Abschnitt. wieder mal vor. Kommt. Vorbeigelaufen. Was ist heute los in dieser Woche? Was ist heute los? Was ist heute los? Ich habe schon vergessen. Ich habe schon vergessen. Da ist heute los. Und jetzt geht's. 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 Hallo Lava. Okay. Und dann. Oh, was das ist? Und jetzt springen. Gut. Und noch mal springen. Gut. Und dann noch mal springen. Scha! Komm schon. Dieser muss jetzt eine Karte befinden. Also. Oh, eine Karte. Bitte. Danke. Oh, das ist das Ding. Und das ist so. Vergangen wir. Oh. Und springen. Und kalt. Äh. Was? Ja. Ich bin nicht das Ding für mein Sturm. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Ich bin nicht. Ich bin nicht gekommen. Ein Scheiter. Ach, das ist doch die Plattform von vorhin. Oh, so sind wir. Okay. Die Bluffel hätte ruhig auf uns verhalten können. Naja. So, so. Und jetzt ruhe. Mit seinen Anhängen. Okay, Armband. Sind das nicht diese Dinger aus Stoffe füllen? Die Techno so... ...herbeigezabattet. Da ist schon wieder eine Truhe. Und nicht die Truhe habe ich unten in der Ecke gesehen. Nichts habe ich unten in der Ecke gesehen. So. 69 Gänse. Ja, 72. Meno. So. So. Warten auf Platz vor. FDW. Macht lauter. So. So. Wo geht's denn hier weiter? Warte, aber Hansenburg. Da. Ach du heilige Lava. Warum gibt's denn Affair Lava? Warum? Gefährlich. Ich mag die Grafik immer noch. Halt mich zu sehr an das Witze im Spiel. Das gibt's aber nirgends mehr zu kaufen. Ich hab's verloren. Sie war drauf. Sie war drauf. Ihr habt's gesehen. Sie war drauf. 69. Oh bitte. Leiste. Ich bleib jetzt ernsthaft. Nein, ich bleib jetzt ernsthaft. Wow, wow, wow. Ich hab nur noch ein Herz. Blumdruck darf jetzt nicht noch einmal sterben. Denn ich weiß nicht, was passiert. Das mach ich dann auf Screen. Ich hab's verloren. Ich hab's verloren. Ich hab's verloren. Ruhe! Ruhe! Das ist entscheidend, das ist entscheidend. Warte, ist das nicht da, wo der erste Schlüssel war? Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Das müsste es dort gewesen sein. Aber sammelt es. Schlüssel 3 gesammelt. Okay, da geht es weiter. Aber ich will erst wissen, was du in der anderen Frau war. Ist. Aber erst mal wieder Karten verkaufen. Yay! Tsch! Ich seh dann mal an dieser Stelle. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tsch! 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 Tsch!